Ja, ich komme mir vor wie beim Richter hier. Nein, um das zu verstehen, weil mir war das ja überhaupt nicht bewusst, Eva, dass Sie und Dieter Bohlen, dass Sie sich gut kennen. Wie finden Sie das denn? Sagen Sie doch mal Ihre Meinung. Ich habe bisher nur die vier, fünf Seiten gelesen, die über Eva Hermann. Ich habe geschmunzelt, muss ich sagen, es ist zauberhaft geschrieben. Und ich denke nur, wir sind Teil dieser Mediengesellschaft. Und es ist ja natürlich klar, wir spielen auch, sind Sie gerne öffentlich. Das ist mein Beruf, also das gehört dazu. Das ist auch überhaupt nicht etwas, worüber ich mich beklage. Das handeln Sie und das handel ich, das geht schon. Wir haben ja auch Vorteile dadurch. Aber das geht einfach zu weit, egal ob man öffentlich, ich meine, auch nicht öffentliche Personen werden ja darin angegriffen. Leute, die noch nie, noch nie öffentlich aufgetreten sind. Und das geht dann schon gar nicht, also die klagen ja dann auch. Aber das ist ja ein ganz gutes Beispiel, das auch mal für sich rauszukriegen. Also diese Balance zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Wonach handeln Sie da? Was ist da Ihr Weg? Mein Weg ist, dass ich klar erkenne, dass das zu meinem Leben gehört, die Öffentlichkeit. Und mein Weg ist auch, dass ich akzeptiere, dass es immer wieder zwischendurch Ärger gibt. Und immer wieder eine auf die Nuss gibt, öffentlich, in der Zeitung, in den Sendungen. Das gehört dazu und das nehme ich auch in Kauf. Das ist völlig klar. Wo ist die Grenze? Wo schützen Sie Ihre Privatsphäre? Jetzt ist die Grenze erreicht. Das war die Grenze. Das war jetzt oberhalb der Grenze. Eva, gibt es so eine Erfahrung aus dieser Geschichte, wo Sie sagen, okay, ich bin ja kein scheuer Typ. Ich gehe auch gerne in die Öffentlichkeit. Ich mache auch ungewöhnliche Dinge. Ich trete auch auf, singe, mache jetzt eine Swing-CD. Und was ist die Konsequenz aus dieser Erfahrung? Sie sagen, hey, ich bin da zu naiv gewesen? Nein. Die Konsequenz ist, dass es jetzt eine Menge Ärger für Dieter Bohlen gibt. Das wird an meiner Haltung nichts ändern. Was soll ich ändern? Ich werde so bleiben, wie ich bin. Das ist völliger Quatsch. Nur er wird jetzt Ärger bekommen. Und das ist die Konsequenz aus dieser Geschichte. Ich glaube, er hat ihn schon. Es gibt den alten Satz, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Es gibt noch einen schöneren. Was stürzt den Mond, wenn ihn der Mops anwählt? Das ist immer so meine Einstellung gewesen. Oder wenn irgendwas Schreckliches in der Zeitung stand. Bohlen als Mops? Ja, genau. Oder wenn in der Zeitung irgendwas Schreckliches stand, dass ich gesagt habe, morgen wird der Fisch in diese Zeitung gewickelt. Auch, kann man auch sagen. Dann geht es einem gleich besser. Das ist jetzt nicht so leicht zu lösen. Ich merke, Sie sind angefressen. Das heißt, es gibt auch keinen persönlichen Anruf bei Dieter Bohlen. Nö, wieso? Die Anwälte haben das Wort. Außerdem müsste ich ja damit rechnen, dass dieses Telefonat den nächsten Tag wieder in der Zeitung steht.